Herzlich Willkommen beim Verliebenkongress. Wir haben gerade eben das Interview mit Aaron abgedreht und wollen dir jetzt ganz kurz mitteilen, worum es in dem Interview geht und warum du unbedingt dabei sein musst. Aaron, sag doch den Zuschauern ganz kurz, wer du bist und was sie bei dem Interview erwartet. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Aaron Mahari. Ich bin Dating- und Flirt-Coach und verfolge einen ehrlichen und direkten Ansatz und bringe Männern dabei, wie sie Frauen in jeder Situation kennenlernen können. Und in diesem Interview ging es um die sechs Ebenen der Attraktivität. Das heißt, auf diesen sechs Ebenen kannst du etwas verändern, um noch attraktiver fürs andere Geschlecht zu werden. Dann haben wir über Online-Dating gesprochen und warum Online-Dating meiner Meinung nach nur was für selbstbewusste Menschen ist. Dann habe ich noch mein geheimnisvolles Projekt vorgestellt, an dem ich jetzt gerade arbeite. Also unbedingt anschauen und du wirst bestimmt was draus mitnehmen. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Jetzt kostenfrei anmelden und das E-Book 10 Lösungen für die größten Blockaden beim Verlieben erhalten.